Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich probieren, das erste Mal auf einer PS4 Fortnite zu spielen. Ihr kennt mich ja, ich habe PC probiert, da mit Maustastatur, da mit Controller. Ich habe auf einem iPad mit Controller gespielt, ich habe eigentlich schon alles gemacht. Aber was ich halt noch nicht gemacht habe, ich habe noch nie auf irgendeiner PS4 oder irgendwas in der Art gespielt. Und das werden wir heute machen. Ich habe hier die PS4 von einem Kumpel, bin da auch schon in Creative drin und ich werde gleich auf jeden Fall erst mal probieren zu bauen. Dann werde ich, glaube ich, ein, zwei Runden Public spielen, werde auf jeden Fall probieren, den einen oder anderen Kill zu machen. Ich werde mal gucken, wie gut ich mir schlage. Und dann werde ich noch ein 1 gegen 1 gegen irgendjemand machen. Ich bin mit Controller nicht mehr so schlecht, ich kann jetzt schon leichter so in den Boden, das war es dann aber auch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in das Game rein, ich spiele mit Controller jetzt hier auf Playstation und ja, mal schauen, wie das Ganze wird. Also, Bauplan. Das fühlt sich so komisch an, mit so einem Controller zu spielen. Zack, 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 zack. Ja, easy. Doch, ist schon schlecht, ist schon schlecht, ist schon schlecht. Aber egal, komm, wir erklären das, wir erklären das. Ich mache jetzt so, so, so. Zack, 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 90. Alter, komm, ist ein bisschen 90. Okay, jetzt meine Endits, jetzt meine Endits. Zack, 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 zack. Okay, jetzt, 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 pass auf, pass auf. Ich spiele ja, wie gesagt, mit der PS4 von einem Kumpel, das ist sein Account, das heißt, das sind auch seine Settings. Mit den Settings komme ich jetzt nicht wirklich klar, aber ich bin da nicht damit klar, komm, pass das ja. Mit den Settings komme ich jetzt nicht wirklich klar. Zwei Stunden später. Let's go. Seht ihr, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Goat it on the sticks. So, zack, 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 zack. Man merkt schon, man merkt schon, ich habe es auf jeden Fall mies drauf. Ich weiß, wie man das Spiel spielt. Kappa. Okay, 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 okay. Ja, ich bin jetzt nicht so der Beste. War es eigentlich so weit? Ich würde sagen, ich lief jetzt mal Creative. Wir gehen mal. Ja, wie soll ich denn das machen? Warte, egal, nein, ich meine, das ist ja easy für mich. Ja, Jungs, ihr seht schon, läuft bei mir. Oha. Okay, okay. Ich bin echt mal gespannt gleich, wenn ich dann Publix spiele, wie gut ich Publix bin, weil ich will einen Kill machen. Ich will zwei Kills machen sogar. Ich kriege das immer nicht. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Alter, wenn ich nicht sehr heftigste bin. Pass auf jetzt. Guck. Oh. Wer ist so gut jetzt? Digga, das ist aber hier. Ich versiehe ja alles. Let's go, Jungs. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich kann Wende editieren. Ich kann sonst nichts editieren, aber ich kann Wende editieren. Und da bin ich echt zufrieden mit, weil das ist schon gut, man. Kann man einfach nichts sagen. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal in eine geschmeidige Runde. Public. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier im, ich weiß nicht, wie das Ganze heißt. Wie heißt das? Auswählsachen-Dings. Da bin ich überfragt. Ich habe gar keine Ahnung, was das heißt, man. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal Duos aufhören spielen. Vielleicht finden wir ja jemanden Deutschen, der auf jeden Fall anders ist. Ich hoffe es mal. Aber man weiß es natürlich nicht. Wer aber anders, gell, Mann. Warten aufs Duos. Ich bin auf jeden Fall mega gehalten, man. Weil ich will auf jeden Fall einen Kill machen. Ich will ein, zwei Kills, wenn ich machen. Und ich will auch probieren, ein bisschen weit zu kommen. Deswegen bin ich gespannt. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ich schaffe es weit. Ich weiß es echt nicht. Wir sagen, wenn ich es schaffe, zwei Kills zu machen, dann verlose ich nachher was im Video. Wenn ich es nicht schaffe, verlose ich nichts. Mal schauen. Okay, Leute, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich will das auf jeden Fall unbedingt hinbekommen. Das wäre so nice, Mann. Mein erstes Mal auf PS4 direkt ein, zwei Kills und ich bin der klicklichste Mensch der Welt. Hallo? Kannst du Deutsch? Hallo? Assas? Hallo? Ja, genau. Das, 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 gut, man. Da gehen wir hin. Kannst du Deutsch, Assas? Hallo? Assas? Ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Ich lande mal hier bei dem Haus. Ich habe Angst, dass ich sehr getötet werde am Anfang. Assas, kannst du mich hören? Okay, Leute, ich kann mich irgendwie auch nicht hören. Wir werden ja nachher auf jeden Fall noch ein paar Einzigen Eins machen. Ich weiß noch nicht gegen wen, wahrscheinlich gegen den Zuschauern. Deswegen folgt mir immer auf Instagram. Da frage ich natürlich auch nach Einzigen Eins. Und schaut gerne bei meinem Discord vorbei. Falls ihr ein Duomate für Mobile oder was auch immer es sucht für die kommenden Mobile-Turniere, schaut unten beim ersten Link in der Beschreibung, da kommt ihr auf einen Discord. Wenn ihr mit mir reden wollt, könnt ihr gerne joinen. Wenn ihr ein Duomate für Mobile sucht für die Turniere, könnt ihr gerne joinen. Und egal, was ihr könnt gerne joinen, ihr könnt euch immer an meine OneStar wenden, wenn ihr irgendwelche Fragen zu mir oder zu meinen Videos oder was auch immer habt. Oh, Leute. Die Endes wurden geflexed, okay. Ich bin so gespannt, ich bin so gespannt, ich will unbedingt dieses Einkill machen. Konzentration ist es angesagt. Bro, gib mir doch eine Waffe, ich brauche unbedingt eine Waffe, Mann. Also ich kann auch nicht mit einem Sniper so weitermachen, das geht doch nicht. Assas, ich brauche keine Waffe. Ah, Assas kann mich nicht hören, scheiße. Okay, Leute, ich gehe mir mal hier eine Waffe suchen, ich hoffe mal, dass Assas mir irgendeine Waffe übrig gelassen hat. Assas, kann ich mir geben? Ich bin schon mit einem Sniper, ich bin schon mit einem Sniper. Digga, was redet der für eine Sprache, Alter? Kiste, RPG. Und Jagdgewehr. Junge, ich bin nicht ein Sniper-Modus oder was ist hier los? Die können mir doch nicht nur Jagdgewehr geben. Was ist denn das, Mann? Brauchen wir schon, ich bin mal eine richtige Waffe, Mann. Okay, jetzt eine Kiste. Leute, die kommen schon. Ja, SMG. Ey, Leute, ich glaube, wir müssen Gegner. Ja. Ja, das hat überlebt. Ja, Leute, wir haben Kill gemacht. Ja, Enkel, 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 Enkel. Let's go. Ey, aber er hatte irgendwie keine Waffen. Okay, hier wurde jemand rebootet. Ich würde sagen, wir gehen mal pushen. Ich würde sagen, ich bin gar nicht so schlecht auf PS4. Ich muss mich halt nur ein bisschen einspielen, dann passt das schon. Zeig dich, Bro. Zeig dich doch. Ich glaube, der will den rebooten oder so. Okay, wir editieren uns hier durch. Ey, Leute, ich bin so aufgeregt. Komm, ich will noch ein Kill machen. Ihr wisst, wenn ich jetzt noch ein Kill mache, dann verlose ich was an euch. Okay, jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Bei Gegner. Mein Mate regelt das. Ey, cool, ist halt mega OP. Was? Was? Ich baue, ich baue, ich baue. Ihr werdet angriffen. Nein, nein, nein. Stop, 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 stop. Nein, Leute, ich bin los. Och, Mann, wie sind die alle pushen, Alter. Ey, ich hab mal gesagt, bei 2 Kids war los. Ich war so, die 2 Kids hab ich jetzt geschafft. Das heißt, schreibt einfach einen Kommentar mit eurem Epic Games Namen und warum ihr gewinnen wollt. Und dann werde ich einen von euch adden. Ich werde random einen Kommentar aussuchen. Und werdet euch einen Skincheck. Ich hoffe, ihr findet es nice. Ja! Oh, mein Karte, Bro. Assa, der Ehrenmann, Junge. Und jetzt greift der mich auch noch. Ehrenmann, der Typ. Kuss geht raus. Okay, wir sagen, wenn ich 4 Kids schaffe, verlose ich gleich noch was. Das ist so ein Ehrenmann. Er droppt mir sogar. Er droppt mir die Kombination und so. Oh, mein Gott. Wenn ich jetzt wüsste, wie man die Moos machen, würde ich die Moos-Fähne machen. Weil, Täter, Arme, er ist richtig verrückt. Ich freue mich noch mal mit so einem Rude, den wir spielen. Ja, warte, was markiert der? Der hat mir Rude markiert, oder was? Ey, so ein Ehrenmann, der Typ. Ich schwör's euch. Stellt euch vor, meine 1. Runde, die ich jemals auf PS4 spiele und dann gewinn ich die. Ja, Bro, alles klar. Wir folgen dir, wir folgen dir. Wir hören uns erstmal was, was das für ein Ehrenmann ist, Alter. Ey, ich bin so gespannt, wenn wir jetzt einen Rude holen. Stellt euch vor, wir holen jetzt direkt in meine 1. Runde einfach einen epischen Sieg, Alter. Er hat sogar denselben Skinny, ich fällt mir grad auf. Wir sind einfach Blutsbrüder. Okay, er hat Gegner gefunden. Er will die anscheinend snipen. Bro, ich würde die ja echt markieren, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ach, sorry. Nein! Wie? Leute, er snipet mich einfach direkt. Och, nein. Ey, das war's komplett, Mann. Asad, Asad. Asad ist halt echt gut, Mann. Nein! Wir sind siebter Platz geworden. Das heißt, ich verlose eine Sache an euch. Okay, Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall mal jemanden einladen, der meine Friendless ist. Und dann werde ich ihn zum 1 gegen 1 herausfordern. Und ich bin mega gespannt. Ich hoffe, dass ich irgendwas gewinne, überhaupt. Denkt man nicht, weil ich kann halt echt nicht spielen auf PS4. Aber ich habe eben zwei Kills gemacht. Also ich will mich nicht beschweren. Ich sage es euch ganz ehrlich. Das ist besser gelaufen, als ich mir jemals an Nacht hätte. So, wir laden jetzt mal jemanden ein. Ich bin bereit! Hallo? Hallo? Wo wärst du? So ein Heset, Alter. Du bist doch nicht verschlägt. Ich wurde aus der Gruppe entfernt. Ja, okay, ist ja auch klar. Die wissen ja nicht, wer ich bin. Ey, könnt ihr mich hören? Boah, wann, wer ist das? Könnt ihr mich hören? Oh. Hallo? Oh, mein Ohr. Wo du aus der Gruppe entfernt hast? Ey, Leute, ich glaub's nicht. By the way, wenn ihr mich supporten wollt, tragt auch gerne meinen Creator-Code. Einfach nur. Shanti. Immer Itemstopp 1, drückt auf Annehmen, ist gar kein langer B***. Mein Fortnite, ich wurde ausgelockt. Jemand hat sich gerade meinen Account eingelockt. Egal, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, sobald wir jemanden haben, der mit mir zusammen spielen will. Bis gleich. Okay, Leute, nachdem ich jetzt gefühlt eine halbe Ewigkeit gewartet habe, haben wir jetzt jemanden, gegen den wir ein 1 gegen 1 machen. Mein Instagram-Story gefragt, wer einen 1 gegen 1 machen möchte. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Ob ich ihn einmal töte? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich ihn einmal töte, dann werde ich wieder was von euch verlosen. Also, seid gespannt. Ich bin selber viel mehr gespannt. Mann, das wäre so geil. Ich würde ihn einmal töten. Ich würde ihn einmal töten. Ich würde ihn einmal töten. Das ist die dritte Schießerei in den USA in dieser Woche. Man merkt ja schon, wie gut ich bin. Ich kann nämlich schon dutten und so. Ich kann ja schon diese Axt schlagen. Ich meine, gönnt euch, Jungs. Gönnt euch, das wird was. Glaubt mir. Vertraut mir. Ich werde das gewinnen. Ich werde das gewinnen. Hörst du das? Okay, jetzt geht's los. Oh, ich schwitze mir so rein. Der schwitzt mir hier zu viel. Warum schwitzt der so, Mann? Egal, 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 egal. Ich zeige mir jetzt, wo der Hase hängt, du. So, ich reset jetzt hier den Edit. Das habe ich ja schon alles gelernt. Leute, komm her. Oh mein Gott, ich habe High-Ground. Ey, ich mache gerade so clean in the 90s. Ja! Ich bin der Beste, bin der Beste. Ey, frag mich bitte einfach nicht, was das begreift mit dem Tanz war, okay? Frag mich bitte einfach nicht, aber ich habe ihn geholt. Ich habe ihn einfach geholt. Und dann lobt habe ich ihn gelasert. Davor habe ich ihn gegründet. L2 ist so OP. Und davor habe ich clean in the 90s gemacht. Ohne Boden. Die waren auch nicht wirklich clean, aber das waren die besten 90s, die ich jemals mit dem Controller gemacht habe. Okay, ich habe mir so die Ehre genommen. Weiter geht's, mein Junge. Weiter geht's, ich nehme jetzt wieder die Ehre. Ehre genommen, ehre genommen. Okay, aber das zählt nicht natürlich wirklich das 1 gegen 1. Wir machen jetzt noch ein letztes wirkliches 1 gegen 1 gegen ihn. Wenn ich das letzte 1 gegen 1 jetzt gewinne, dann werde ich auf jeden Fall an euch noch was verlosen. Egal, Leute. Ich meine, ich habe schon eine Sache mit euch verlust. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Und da würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo hier da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war mega das neiste Video eigentlich. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Mittag, was auch immer. Ich bin raus. Ich bin raus.